Toni Dreher-Adenuga hat 2018 mit ihrem Sieg bei Germany's Next Topmodel den Sprung ins Model-Business geschafft. Doch die schöne 19-Jährige hat auch viel durch Heidi Klums Castingshow gelernt. Auf der Technikmesse IFA in Berlin verriet Toni uns jetzt ihre Tipps für kommende Anwärterinnen von GNTM. Ich würde denen raten, dass sie auf jeden Fall sich selbst bleiben, dass sie sich nicht verstellen, wenn sie im Fernsehen sind. Und dass sie sich wirklich überlegen vorher, ob es das ist, was sie wollen, ob es das ist, was sie auch danach machen wollen und ob es das Richtige für sie ist. Weil viele, die sehen nur, okay, man kommt ins Fernsehen und dies und das und machen sich gar nicht Gedanken darüber, was das alles mit sich bringt. Und man muss sich schon der Verantwortung bewusst sein, weil danach kann das halt wirklich Vorteile oder Nachteile haben. Doch Toni stellte klar, für sie war der Gang zu Germany's Next Topmodel genau der Richtige. Um 180 Grad hat sich mein Leben geändert, aber alles im Positiven. Also ich lebe jeden Tag eigentlich meinen Traum. Ich mache das, was mir am meisten Spaß macht. Wer also in der neuen Staffel von GNTM mit von der Partie ist, sollte sich Tonis Ratschläge auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Und wer weiß, vielleicht lebt bald schon das nächste Model seinen Traum. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.